so ein wunderschön ja willkommen zurück zu ja wie mir aufgefallen ist secret map von der vierten episode von doom 2002 aber gut auch nicht weiter wild das spiel war das secret level vorher sollte ich auch an dass das ende was man da gesehen hat das secret ende war egal wie sagt ab und an mal eine secret map kann ja nicht schaden von daher machen wir das so und jetzt erklärt sich das auch warum das hier so die zeit ist wobei die frage ist ob wir überhaupt spielen können weil das ganz schön und sie hat die map ganz schön in sich alter wir haben gefilgt hat mal drei liter pro sekunde so 13 pro sekunde gut dann wollen wir mal nicht weiter ist hier ein secret digger neuen secret sollte mich verarschen die frage ist wo geht es hier weiter dahinter ist was ach so ich kann nicht lang ich dachte wie die dinge an hier tatsächlich versperrt ist so extrem was ist denn los mit dem level sie wird nummer eins gefunden so so Was ist denn los? Oh, Alter. Das hier ist echt zuhörsiges Gestipper. Ich glaube, ich spreche das Level mal doch lieber ab. Ich habe keine Ahnung, warum das so Extremstock hat. Da habe ich jetzt hier gerade irgendwann abgeschossen. Ah, wir haben auch noch nicht gespeichert. Ah komm, ich versuche einfach mal das Level zu spielen. Und wenn wir doch versagen sollten, dann lade ich nochmal den Speicherstand und jump dann direkt in die entsprechende normale Map wieder rein. Und das hier ist ja... Ich höre mal, wie hier irgendeine Tür aufgeht. Ich frage jetzt nur, wo geht die Tür auf? Soh, wie gut ist das? Nämlich das? Sicher? Soh, was das denn? Oh! 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 Hm, das war noch. Ah! Welter, das ist so gerne. Was? Das ist enorm! wir haben gerade mal einen sechsten der gegner weg das ist nicht gerade sehr viel auch Alter, ich bin nicht bewegt. Alter, ich bin nicht bewegt. Alter, ich bin nicht bewegt. Ich stecke hier quasi durch die Räume. 13 Meter pro Sekunde. Das ist doch ein Albtraum. Ob das hier was mit diesen vielen Kerzen zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen, weil in so klassischen Brutal Doom-Maps, also sowas hier wie Extermination Day, da gibt es definitiv mehr Lichteffekte. Aber hier sind doch so viele Kerzen, also hier von diesen Fackeln, das ist echt so schlimm, Stockhardt, das ist nicht mehr gesund. Ja, wir haben ja immerhin schon drei Sequels gefunden. Ups, war ja gut. So... Okay. Okay. Karte, Alter, ich probiere mal ganz kurz, ob es mit dem Software-Bandouar besser geht. Ja gut. Wie ist es mit dem Software-Bandouar? so wir haben damit wir ungefähr drei türen jetzt kann ich sein kann nicht ein einziges secret sein Achso, wir müssten da sogar rein. Na klar, jetzt und auch hier gegen Los Souls kämpfen bei der Stocker-Party. Das ist keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das ist keine Ahnung. Komm hier, BAM. Ich muss doch mal ein paar Secrets geben. Woher? Wofu? Hätte ich eh nicht aufgenommen. Er kommt. Ah, das wird noch. Das ist ein kleines Erreign. Wofu? Ich bin eine Ahnung. Wir wollen sie nicht aufhören. Er ist ein kleines Erreign. Ich bin ein kleines Erreign. Das ist eine Ahnung. Was für ein Kniegeruch? Achso, wir wollten ja nicht speichern. So, wir haben hier etwas blaues geöffnet. Ach, das war etwas blaues. Also, der gesamte Weg wieder zurück. Ich glaube es nicht. Guck mal, wie man einfach stockert hier. Ist ja, digga, acht Bilder pro Sekunde. Und alle fragen sich, geht noch weniger, kann man das noch unterbiegern? Wo, alter? Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang, oder? Ja doch, genau, das war ja der Anfang, da wo wir losgelegt haben. Hä? Na Mensch, was hat denn das denn jetzt gerade geöffnet? Oh Gott, jetzt dürfen wir uns auch noch hier in der Web rumschauen, während das so extrem stockert. Das kann halt da werden. dann wäre jetzt echt die Frage, was wir jetzt geöffnet haben. Alter, sechs Bilder pro Sekunde. Oh, hier war ich ja schon drinnen? Gibt es hier noch etwas Neues? Nein, nein, nein? Oh. Brrrr. Ich, äh, da stellt sich mal noch grad die Frage, was haben wir mit dem Schalter gemacht? Oh Gott. Wo waren wir jetzt eigentlich schon überall drinnen? Wo waren wir jetzt eigentlich schon überall drinnen? Ja. Ich bin verwirrt. Also das, 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 das stockert an sich, das geht ja. Aber wenn wir uns denn hier noch umsehen müssen, dann wird es schon ganz schön heftig. Aber noch irgendwo nicht? Na, jetzt alles noch raus. So, jetzt müssen wir auch nicht ändern oder was. So, jetzt müssen wir auch nicht ändern oder was. Ich geh mal nochmal hier rein. Ah! Schau mal an. Das Ding hab ich da ja gar nicht gewählt. Ja, diese Bäume auch noch. Oh Gott, dieses Gestöcke auch noch. Gott, dieses Leben! Danke, 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 danke. Oh Gott, das ist irgendwann mal mehr hier. Ja. Also hier wäre auf jeden Fall das Ende. Oh, nee. Brauche ich noch eine gelbe Schlüssel. So, hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich einen roten Schlüssel für die Tür. Fuck. Alter, ist das ja hier. Boah, ey. Das ist alles nur Machen. Stell dir doch mal vor, wir müssen so auf Ultra-V, äh hier, äh, quasi nicht auf Ultra-Violence, ich bin ja gerade. Nee, auf Illism Tactical Mode spielen. Oder einfach nur so mit 10 Bilder profikum, die hier rocken wie die Hauptstadt. Ich weiß dir gerne noch, wo die an den Sequins sind. Hält mich nicht so gierig. Ah. Fuck. Und wir haben nicht gespeichert. Das heißt, auch immer wir jetzt hinkommen. You're dead, baby. The Odyssey is all complete, you're survived. Ey, Quatsch. Ja, la, la. Was ist das denn jetzt, da? P.S. hat 58? Noch eine Sieg mit, man? Wo auch alle, wo auch noch alle Textionen füllen. Wenigstens schockert es hier nicht mehr? Ja, 64 Bilder pro Sekunde. Das sieht doch schon besser aus. Da seht ihr hier nur überkehrt und sowas. Also auch Lichtdefekte. Ich hoffe, ich schockere das nicht. Keine Ahnung, was es gerade war. Aber, auf jeden Fall, ja. Das hier war's dann ja wohl. Ähm, wir werden uns also von hier aus gleich direkt zur... nichts normal mitbegeben. Das wäre denn Episode 4 Map 3, müsste das gewesen sein. Ja. Und, das würde ich mal sagen. Das war die Sieg mit Map. In dem Sinne, schau mit V.